Die liegen hier draußen. Sammeln, wenn ich das jetzt sammle, was passiert dann? Jo, ich hab ne Metallklinge. Du hast jetzt die Metallklinge genommen. Hier, was? Hä, nein. Oder wie? Hä, was? Die liegt doch da, ich hab die nur rausgeholt. Hä, und die Form ist jetzt weg. Die Form ist kaputt. Ja klar, du machst ja die Form kaputt, um die Metallklinge da rauszubekommen. Alter, wie aufwendig ist das denn, damit was herzustellen? Ja, aber dafür hast du jetzt ne Metallklinge. Und jetzt kann ich damit... ...ne neue Form machen. Mit der Metallklinge. Ja, oder nicht? Ne, mit der crafte ich jetzt was quasi. Ja genau, damit kannst du jetzt zum Beispiel... Ja, und wenn ich jetzt nochmal... Jetzt mach ich mir zum Beispiel hier so ne Dings... Warte mal, ich nehm mir mal ein Seil. Ich denk mal, ich kann jetzt bestimmt so wie man ne Axt craftet... Ja, ne Metallachst. Kann ich aber ne Metall... Ne, das ist ne Metallhacke, ne? Das ist ne Metallhacke. Ich würde auf jeden Fall ne Metall... Also ne Axt baust du mit... Mit, äh... Ja, Metallspitz... Ne, warte mal. Ich kann... Da brauche ich da zwei Klingen für? Ne, eigentlich nicht. Für die normale Steinachst brauchst du ja nur... Stein und Holz. Ja. Ne Metallachst. Wie macht man die? Das ist die Frage. So, da wir jetzt noch da Dings haben... Mach ich erstmal hier noch Metall rein. Das geht, das geht. Kevin hatte vorhin ganz am Anfang mal Steine gegen die Dings geworfen. Gibt's jemanden im Chat, der weiß, ob man ne Eisenachst bauen kann? Ach, safe call. Kann man die bauen. Muss ja. Ist ja verrückt, wenn nicht... Also ich überlege, ob ich mir erstmal nen Eisenspeer mache. Ich glaube, ein Eisenspeer ist schon strong. Axt geht. Was ist das... Metallrüstung geht auch. Lol. Kriegt man, wenn man ne Eisenspitzhacke macht, dann mehr Eisen raus, wenn man mit der das abbaut? Weil dann würde es ja Sinn machen, die zu machen erstmal, ne? Man braucht für die Axt einen Axtkopf und keine Klinge. Oh. Wie komm ich denn an einen Axtkopf dran? Ich hab ne Axt. Ja. Ja, ein Axtkopf. Hier. Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeuge herzustellen. So. Ich hab ne Klinge vorhin reingepackt. Wie kriegt man denn den Axtkopf? Das ist die Frage. Du brauchst ne Metall-Axt-Form, um den Metall-Axt-Kopf herzustellen. Ja, aber wie mach ich das? Gussform mit Stein-Axt muss ich machen. Du nimmst einfach ne Stein-Axt und machst damit ne Gussform. Teste ich jetzt. So. Stein-Axt hergestellt. Wie machst du die Form denn? Musst du da einfach Lehm reinmachen oder was? Ich hab hier ne doppelte Axt und hier hab ich ne normale. Bitte? Einfach Lehm reinmachen dann oder was? Mit der Hacke kannst du Metall-Erze abbauen. Ja, das konnte ich auch mit der normalen. Ja, wahrscheinlich. Dann geht die nicht so schnell kaputt und äh, so dieses Ding, weißt du? Aber um geht's da dringlich mal. Ach guck mal, der, der Dings hier, der tropft durchgehend. Das macht das Ding aus, ne? Hier. Dass da durchgehend Wasser raustropft. Kann das sein eigentlich, dass ich vorhin, als ich gestorben bin, den Topf verloren hab? Ich find den nirgendwo. Ja, der ist weg. Na gut, werden wir bestimmt in den neuen Lagern auch noch welche finden. Ein Problem ist auch die Kohle, ne ey. Warum? Wir haben doch noch voll viel Kohle. Wo denn? Ich hab Kohle noch voll viel im Inventar. Ah okay, ja. Und ich hab glaub ich auch was in die Kiste gepackt, Leute. Ah okay. Wenn wir noch genug haben, dann passt's. Also Eisen hab ich haufenweise auf jeden Fall noch. Ich hab noch zwei Dings. Und hier drinnen sind auch nochmal zwei. Da kann ich alles einschmelzen und uns diese Klingen und alles herstellen. Metall ist aber auch deutlich schwerer. Ach, Metall ist nochmal was anderes als Eisen. Nee, oder? Also ist Metall nochmal besser als Eisen oder wie ist das jetzt? Nee, Eisen. Nee, Metall ist Eisen. Okay, Chat muss wieder ignoriert werden. Die Axtform gleich leere Form plus Eisenerz plus Steinachs. Ja, Marcel, das ist schon klar. Das stimmt. Das ist so dumm. Das kann man jetzt runter bauen. Ich hasse dieses Spiel. Das ist einfach wirklich so dumm. Aber wenigstens trocknet jetzt unser Fleisch. Das ist doch schon mal was. Ich zieh mir jetzt gleich erstmal schön ein paar gebackene Schnecken rein. Meine Paranoia mal langsam runter geht, weil ich hör nämlich schon die ganze Zeit irgendwelche weirden Stimmen. Ich hab auch noch drei Schnecken im Inventar. Ich hab hier verbranntes Klapperschlangenfleisch. Brauchst du noch Schnecken? Hau einfach drauf, ja? Eins, zwei, drei. Die sind drauf. Ey, das ist halt voll krass, dass es halt wirklich so eine Regenphase gibt, wo es halt einfach die ganze Zeit nur regnet. Voll krass. Jetzt ist einfach schönes Wetter. Jetzt haben wir eine Trockenphase. Schnecken kannst du roh essen. Ja, weiß ich. Aber wenn man die packt, also wenn man die warm macht, dann geben die fünf. Oh, ich muss aber auch ein bisschen was essen. Das heißt, meine geistige Gesundheit nimmt auch langsam ab. Genau. Die geistige Gesundheit geht dann hoch, weil die Schnecken geben dir gebacken plus fünf geistige Gesundheit. Also minus fünf. Also im Sinne von, dass das halt für dich zum Besseren beeinflusst wird. Ich weiß nicht, ob plus oder minus. Ich weiß gar nicht. Also geistige Gesundheit plus ist das. Ja. Mit der Axt kannst du ne... Gussdings herstellen. Nice. Jetzt ähm... Oh ne. Und wie ist es mit dem Holz? Immer noch Katastrophe, ne? Junge, 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 Junge. Das war wirklich übel hier mit dem Holz. Ich hab mal ganz kurz rausgeguckt, ob bei Minecraft alles cool ist. Oh, meine Pickings ist auf der Hälfte. Dann wird meine auch, glaub ich, schon etwas tiefer sein. Unser Lager entwickelt sich, würd ich sagen, oder? Müssen wir gleich mal vielleicht, je nachdem, schauen. Irgendwie ne Kraft. Wie weit die Kisten sind. Ja, ich guck mal ganz kurz eben. Also die... Da geht einiges. Also ist schon krass auf jeden Fall. Sind die voll, oder? Ja. Also die letzten... Ja, vielleicht... Ich weiß nicht, hast du Platz... Ah, warte mal. Ich kann mal ganz kurz eben hier einmal an meine Ender Chests dran. Und da mal ne... Schalker Box rausnehmen. Dann kann ich die... Nether Bricks da reinmachen, so. Und die hier auch. Scheißegal. Dann sind die erstmal weg. Ich mach auch mal eben ganz kurz. Ich geh mal eben auch kurz rüber. Das Spiel ist jetzt eh gestoppt dadurch. Hi Kevin. Ja. Und du kannst in der Zeit gerne ein bisschen weiter gamen. Stört mich nicht. Ich geh mal ganz kurz noch eine Sache einstellen. Und zwar... Ach, scheiße. Ich muss... Komme ich hier an die Ender Chests dran? Nice. Ah, geil, dass ich an die Ender Chests dran komme. Komme ich hier so. Stop 100 ist ein bisschen heavy. 100 wird weiter. Ob sie denn gefahren? Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Ich bin gespannt, was Debitor sagen wird. Weil der weiß ja, wie eklig das ist. Also wie das dauert. Mhm. Passt halt perfekt, dass wir das heute so nebenbei laufen lassen können. Ja. Das ist halt ultra nice. Kann man nicht anders sagen. Und voll dreckig. Ja, ich kann eine Metallachst herstellen. Nice. Kann man auch eine Metallachst mit einem doppelten Kopf herstellen, Leute? Oder geht nur mit einem? Bevor ich das jetzt mache. Nur einer, okay. Dann machen wir die. Nein, es fängt an zu regnen. Hä? Schon wieder? Warum habe ich denn immer noch Magenprobleme, obwohl ich eigentlich den richtigen Pilz gegessen habe? Was soll das? So, und die sollte ja jetzt auch was länger halten, ne? So eine Metallachst, oder? Ach, weil ich mit dreckigen Händen gegessen habe. Schon wieder. Wieder einen dummen Kopf, ey. Nee, also wirklich. Ich brauche noch einen blauen Pilz. Ja, ich habe vergessen, dass ich mich waschen muss, bevor ich esse. Weil ich sonst wieder eine Magenverstimmung bekommen kann. Natürlich ärgerlich, weil jetzt die blauen Pilze hier weg sind. Nein, da unten sind noch welche. Nice. Ja. Essen. Zack. Ist auf jeden Fall drinnen das Lagerfeuer im Auge behalten, Kevin, ne? Ja. Brauchst du noch was zu essen? Ich habe noch gebratenes Fleisch in meinem Inventar. Ich guck mal eben. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich brauche Kohlenhydrate, wie immer. Ja, Kohlenhydrate musst du mal gucken. Wenn du in die Richtung gehst, in diese hier, da ist ein Bananenbaum. Da sind immer so vier Bananen dran. Ich guck mal, ob ich mir so eine Knochenklinge aus Knochen herstellen kann. Nee, ne? Übrigens, der Lehmkohleofen ist ready, also du kannst die ganze Kohle da rausholen, ne? Falls du Kohle brauchst zum Schmelzen hier. Nur zur Info. Okay, nice. Zumindest muss ich jetzt leider einmal kurz AFK gehen. Viel Spatman. Aber, da wir ja den Duo-Stream haben, könnt ihr gerne bei G-Time so lange zugucken. Ich versuche mich zu beeilen. Bis gleich. So. Dann guck ich erstmal, dass ich jetzt hier die ganze Holzgeschichte weitermache. Genau. Ah, warte. Erstmal machen wir das. Das Dach machen wir jetzt erstmal fertig, Leute. So. Dann. So. Haben wir das auch? Dann müssen wir mal ganz kurz schnell schauen. Ähm. Den schon mal benutzen. Ähm. Den schon mal benutzen. Ich hab das Gefühl, in dem Spiel ist es mehr dunkel als alles andere. Kann das sein? Anluca mal nutzenja. Okay. Dann bin ich dran. Oh... So, danach müssen wir uns erstmal sauber machen, ey, weil diesen ganzen Lehm transportiert ist ja eine absolute Katastrophe. So. Waschen. So, okay. Das haben wir. Weiter geht's. Gut, Zander ist jetzt im Pausenmenü, das ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil dann kann ich jetzt die Nacht nicht skippen. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin, ich geh jetzt erstmal ein bisschen pennen. Leben hört sich nice an, man kann sich dann später eine Dusche bauen, ja, ich weiß. Kannst hier ein Knochenmesser machen, ein Knochen und eine Liane, ah, okay, nice. Danke für den Hinweis. Auch nochmal zur Info für euch Leute, ne. Wenn ihr euch das Game holen wollt, Instant Gaming, Ausrufezeichen, IG, könnt ihr sowohl bei Zander als auch bei mir eingeben, dann kriegt ihr den Rev-Link, Spiel gibt's für 11,99 Euro bei Instant Gaming. So. Nehmen wir mal eins hier raus, ich denke mal, das ist ja besser das Knochenmesser, als ein Steinmesser. Oh. 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 dann machen wir lieber erst mal hier so zack wir kriegen halt wirklich gar nicht mehr diese bäume die wir so richtig gut fällen können so zack da machen wir uns jetzt hier wunderschön hey das geht gar nicht hä warum muss man dafür einen anderen rahmen nehmen muss man für den ofen die normale dings nehmen oder muss man eine andere wand nehmen hier lehmkaminwand wann kommen die green hell folgen auf youtube sobald bevor es durch ist muss man bestimmt erst fertig bauen naja die mauer ist ja fertig die mauer da die ist ja fertig vielleicht von innen nach außen das könnte sein testen wir mal könnte sein ne will der nicht machen hmm hmm so dann nehmen wir erstmal jetzt hier die die ganzen langen stöcke testen wir mal leute jetzt geht's da bauen wir den aber hin dann kann man immer nur einen ne und es fängt schon wieder an zu regnen das ist so geil geil wie viel das hier regnet ich feier das das ist eine geile atmosphäre ich sag mal der regen hat aber auch was gutes an sich ne man braucht sich da kann ich dann halt nicht die ganze zeit waschen weil der säubert einen ja durchgehend das ist 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 Geil Das ist doch nice Das ist doch richtig, richtig nice Mahogs, hi Schön, dass du auch da bist Wie geht's dir denn, alles gut? Ich glaube, Zander wird das richtig fühlen, wenn er es gleich sieht, was wir hier für eine schöne Hütte haben Oh, ich glaube, ich habe eine Wunde. Ist das eine Kacke hier über diesen Baumstamm jedes Mal, ne? Kann es sein, dass der durch den Regen teilweise rutschig ist? Ist hier was drinne? Ne, ne? So, jetzt gucken wir mal. Oh ja, ich habe hier eine Wunde am Fuß. Dadurch, dass ich runtergefallen bin. Und Zander hat die ganzen Dinger, um Verbände herzustellen. Und jetzt wird es kritisch. Ich muss nämlich jetzt an so eine Pflanze für einen Verband kommen. So. 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 Vielen Dank.